Meine sind auch verschwunden. Ich spüre dir, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich habe es hier. Und zwar alle. Das sind unsere Tabletten. Du hast kein Recht, um dir zu nehmen. Geh sie her. Nie und nimmer. Das hast du nur mit dem Anruf. Wovon sprichst du? Ich weiß nur ordentlich, wovon du redest. Du weißt genau, was ich meine. Die Tabletten haben mich gern gemacht. Aber jetzt ist Schluss damit. Das sind unsere Vitamine drin. Geh sie her. Das sind keine Vitamine und das wisst ihr ganz genau. Doch, das sind sie. Das stimmt nicht. Ihr benütigt euch selbst. Ich warne dich nicht. Du dich doch gar nicht ein. Nein, Söder. Die Geschichte endet hier. Jetzt ist Schluss mit den Geheimnissen und der Heimkultur rein. Du kriegst die Dose nicht.